War eine starke Runde Ne Chat, aber ich war beim Hautarzt Ich, äh Meine Kopfhaut ist ja so rot hier oben Der, kein Arzt weiß was das ist Ähm Der eine meinte Schuppenflechte, der andere meinte Schwanz Digga und der Arzt jetzt meinte Dass es keine Schuppenflechte ist Und der hat mir jetzt so ein Mittel gegeben Ich muss mir jetzt jeden Abend Ähm Glatze Comeback, ne Der, ich sehe mit Glatze aus wie ein Vollgoofy Ich muss mir jetzt jeden Abend so Wichse in die Haare schmieren Und das so verteilen Und über Nacht einwirken lassen Das ist so goofy, Digga Diese lockere Raid Ey, feiste Digi Danke für den Raid, yo